Auf gutem Rotweinlust musst du nach Lutschburg im August. Internationales Rotweinerlebnis Lutzmannsburg vom 4. bis 7. August. Blaufränkisch und andere Spitzenweine, Kulinarik und mehr. Das ist genau das, was ich mach. Hast auf gutem Rotweinlust musst du nach Lutschburg im August. In der Nacht, da wird es spät, bis der Letzte schlafen geht. Lutschburg, oh Lutschburg, da hitt's den besten Bein. Lutschburg, oh Lutschburg, da möchte ich wieder sein. Lutschburg, oh Lutschburg, da hitt's den besten Bein. Lutschburg, oh Lutschburg, da möchte ich wieder sein. Vielen Dank.